Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zu diesem neuen kurzen Video. In diesem Video wird es wieder um Cobra Kai Staffel 3 gehen. Ich persönlich bin ja mittlerweile bekannterweise ein großer Cobra Kai Fan geworden und wahrscheinlich habt ihr auch Staffel 1 und 2 gerade beendet und wollt jetzt natürlich wissen, wann kommt Staffel 3 und vor allen Dingen, was erwartet euch in Staffel 3. Man kann natürlich bisher nur spekulieren, aber was keine Spekulation ist, ist, dass Cobra Kai Staffel 3 in Deutsch höchstwahrscheinlich nächstes Jahr 2021, Mai, Juni, Juli ungefähr bei uns höchstwahrscheinlich zu sehen sein wird, nehme ich mal stark an. Das Ganze kommt ja dann auch direkt auf Netflix und nicht erst auf YouTube wie Staffel 1 und 2. Und Staffel 3 soll schon komplett abgedreht sein, deswegen umso trauriger bin ich eigentlich, dass man noch ein Jahr warten muss, aber das spielt jetzt keine Rolle in dem Video. Es dickert aber immer wieder ein bisschen durch, dass auch weitere Schauspieler aus dem Karate-Kid-Film in Staffel 3 zumindest kürzere Gastauftritte haben werden. Man weiß es nicht, sind es kurze Gastauftritte, sind es längere Rollen, aber da ja bekannterweise auch Daniel LaRusso in Cobra Kai Staffel 3 eine Reise wieder nach Okinawa macht, also dem, ja, der Location aus Karate-Kid 2, als er dort mit Mr. Miyagi hingereist ist, ist auch der gute alte Chosen wieder mit an Bord, gespielt von Yuji Okamoto, der ist mittlerweile 61 Jahre alt und soll die geheimnisvolle Person sein, an die kurz im aktuellen Cobra Kai Staffel 3 Trailer zu sehen ist. Dort kämpft ein Asiate gegen Daniel LaRusso. Man weiß nicht, ob es ein ernster Kampf ist oder ein Trainingskampf. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Chosen aus Karate-Kid 2. Das war, glaube ich, der Neffe, wenn ich mich nicht irre, von Mr. Miyagis Gegenspieler und er hatte natürlich dann auch seine Probleme mit Daniel bekommen und letztendlich hatten die beiden in Karate-Kid einen großen Endkampf, den Spoiler-Alarm Daniel natürlich gewinnen konnte und seine geliebte Kumiko retten konnte. Und da stellt sich auch gleichzeitig die Frage, ob wir dann in Okinawa auch Kumiko vielleicht nochmal sehen werden und vielleicht, man weiß es nicht, kommen da ja auch wieder alte Gefühle ins Spiel. Vielleicht steht ja auch Daniels Ehe dann irgendwie auf dem Spiel. Man weiß nicht, ich bin sehr gespannt, was sich die Drehbuchautoren da einfallen lassen. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt auf Chosen, denn der war dann in Karate-Kid 2 besiegt und man wusste eigentlich auch nicht, wie es mit diesem Charakter weitergeht. Auch hier kann man jetzt spekulieren, wird er sich an Daniel LaRusso erinnern, möchte er sich vielleicht rächen oder hat er seine Lehren aus der ganzen Situation gezogen, ist wieder mit seinem Onkel, hat sich wieder mit seinem Onkel versöhnt, wurde vielleicht von ihm anders da erzogen und ist jetzt vielleicht auf der Seite der Guten. Man weiß es nicht. Ich bin sowieso mal gespannt, wie lange wir die Location Okinawa in Staffel 3 sehen werden, ob es nur ein, zwei Episoden sind oder ob es vielleicht ein bisschen länger durch die Staffel zieht. Und wie gesagt, ich bin auch gespannt, ob diese ganzen Gastdarsteller längere Rollen haben oder auch nur für ein, zwei Episoden zu sehen sind. Denn wir wissen ja alle, dass Daniel LaRusso in Karate-Kid, ach Karate, sag ich doch, in Kobra Kai Staffel 3, wieder nach Okinawa reist, um was auch immer zu finden. Und ich bin dann auch gespannt, was das Ganze dann letztendlich noch mit Kreese und dem Kobra Kai Dojo zu tun haben wird, inwiefern die alle dann miteinander arbeiten, sagen wir mal. Denn wenn jetzt Chosen sich geändert haben sollte und jetzt ebenfalls auf der guten Seite stehen würde, dann wären das jetzt schon drei, also meiner persönlichen Meinung nach, drei bekannte Charaktere aus Karate-Kid, die jetzt auf der guten Seite stehen und eigentlich nur mit Kreese einer, der auf der bösen Seite steht. Und da ist das Kräfteverhältnis ja schon ein bisschen unausgewogen. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie es sich mit Chosen dann entwickelt und ob er, wie gesagt, ein weiterer Gegenspieler von Daniel LaRusso sein wird oder vielleicht sogar ein Mitstreiter. Haut unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, dass unter anderem Chosen in Kobra Kai Staffel 3 zu sehen sein wird. Und wer vielleicht noch einen Gastauftritt haben könnte, so ein paar Gerüchte gibt es ja schon. Ich freue mich drauf, was ihr zu schreiben habt und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.